Auf die zweite Runde, sieh es bis hier an, bei Stichlitz und Abbaus und die Flüsse. Lass uns jetzt mal was aufmachen. Ein guter Schöpfung, das ist jetzt noch mal, sie müssen mir die recken. Ach, ihr Jungs, ich teus dich so. Keinster Kampf, das sieht auch gut, wenn wir so, ja, ja, ähnliches auch gemacht. Hey, die, wenn du was anrufst. die wir ihr und auch und ich Es geht hier um alles, guck mal doch, geht heil, kommt in die Garten wieder. Lass ihn nicht kommen, lass ihn erlaufen! Lass ihn erlaufen! Lass ihn erlaufen! Lass ihn erlaufen! Das riecht er auch mir von der Hand! Ich war so gut geschockt! Lass ihn auf uns gehen, lass ihn erlaufen! Lass ihn an! Schorgelfeuer, Schlagheide und ich sag's für meine Garanten! Glauben Sie nicht, dass der Junge sich hier so komplett veraufgab? Das ist einer, der kann so weit werden, wo auch in der 6. In der 8. In der S-Bode noch nie. Der Adler muss nur den Fieh aus dem Fieh zurückfinden. Das ist kein Wunschte, was er uns bisher gezeigt hat. Er hat sich nur versteckt und er hat kassiert ohne Ende. Aber eben auch dafür, dass sich in diesen Aktionen kleine Schwächen, kleine Defensivlücken ergeben. Und jetzt wird es so zu schließen, wie wir Ado Abraham bisher haben, haben wir davon nichts gesehen. Aber darf das eine Ausrede sein? Der Wettmeister, der aufgesprochen ist und seine Tätigswahl bei dir anfeuert, der bei dem Wettmeister der Sommelangstall verabschiedet sich für Unterlänger. Wir müssen ein großes Fragezeichen setzen. Die sind aufgeschlagen in die Erwarnung von Ortega an Arthur Abla. Das zweite Mal hat er das umgebracht, diese unsauberer Anziehung. Aus Salz. Ja, ein Wettmeister für Arthur Abraham, der mit diesem Hinterkaufschlagen zwar das gerade ein drittes Mal gemacht hat, Stieckes kommt wieder direkt. Klarer Punktvorteil für Robert Stieckes. Arthur Abraham läuft hier an dem Wunschte hinterher. Schon jetzt sieht es so aus, als habe er nur noch eine Chance in die spektakulische Geflicht. Den Karol. Ja. 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 Oke. der muss gleich hingehen, das leerlaufen, der muss gleich hingehen, komm mal weg, komm weg, warte mal, Arno, lass mal leerlaufen, der muss gleich, du kannst ja nicht, du musst ja ziehen, Arno, in der Mitte bleiben, der Künstler, Arno, komm, komm mal weg, komm, 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 der Manager von Stahl ist Robert Stieglitz, neben ihm, die Freundin Tatjana von Robert Stieglitz, das ist ein bisschen mehr Zeit von Amerika, Walter Wagner, Professor Walter Wagner, der hängt uns aus Beirut, kommt hoch und schaut sich das Auge von Arno Arma, ob es weitergehen kann oder nicht, oh, das wäre ein schlechtes, ein schlechtes Ende, der wird gefordert, und das ist vorbei, oh, Robert Stieglitz ist nach Kampfabbruch, wieder Weltmeister, wenn eine Verletzung dazu führt, ist, dass der Klappab gebrochen werden muss, ob diese Verletzung durch einen regulären Schlag zustande gekommen ist, dann verlieht der Boxer. Der Klappabbruch, der Klappabbruch, der Klappabbruch, der Klappabbruch, der Klappabbruch, das ist das Auge von Arthur Arma, aber da kann man nur sagen, damit kann er nicht weiterboxen, die Entscheidung ist absolut in Ordnung, auch wenn sie bitte als für Arthur Arma haben, die ist schon leichtes Ende gekommen in diesem Jahr, wir bisher komplett, wo man Stieglitz gehört hat, dass er so endet, das haben wir uns alle nicht gewünscht, wir hätten das gerne länger gesehen, wir hätten auch Jahre gesehen, ob Arthur Arma haben, hinten draußen auf dem Brücken Arma Arma hätte er auspacken können, dazu ist es aus den genannten Gründen nicht mehr gekommen. Unter den Blinden mag der einäugige König sein, im Boxing, hat er damit keine Chance mehr. Es fehlt dann einfach das BMSF und das kann man sich gegen diese Kampfmaschine, gegen den Oberstieglitz mit Sicherheit bestellen. Und das ist auch nicht so, dann einfach nichts zu tun. Wir schauen uns nochmal die entscheidende Situation an, wenn er es dazu kam, Arthur mit links und dann jetzt die Auge, die Rechte genau aufs Auge. Robert steht jetzt damit im Falle, ich hoffe, er hat nochmal nachgewünscht. Wir gehen ab in den Weg. Der Abbruch durch Artikel und die Siegerpose von Robert Stieglitz. Was für eine Enttäuschung für Arthur Arma haben, er war so selbstsicher. Wie hat sie gesagt? Manchmal rutet das schon fast nach Ungarn sein. Wir werden einen anderen Robert Stieglitz nehmen, einen noch fokussierenden, einen noch intensiver, attackierenden, einen absolut verarschenden Robert Stieglitz in diesem ersten Teil. Und eine weitere wird es nicht mehr geben. Die Dahl von der Tankstelle aus Magdeburg. Da gibt es jetzt vielleicht noch mal 50 Meter Diesel frei. Und Arthur Arma haben es schwer geschlagen und geschockt. Der Bruder Alexander versteht die Welt nicht mehr. Und da, die persönliche Geste der Beine, nachdem es ja vorher von Dirk Czernski auf Vorwürfe in Richtung Bolivika kam, Wir kommen gleich zum Urteil. Es sei noch gesagt, dass der Vertrag, der mit Arthur Arma haben 2016 verlängert werden sollte, Unterschrift 3 vorliegt, aber noch nicht unterschrieben worden ist. Bin gespannt, ob man da jetzt wieder neu diskutiert. Eigentlich hätte diese Auseinandersetzung jetzt noch eine dritte Auflage verdient. Denn so ein Ende kann sich auch kein Boxsportfreund wünschen. Egal, ob man von Arthur Arma von Robert Stieglitz oder von Arthur Arma. Meine Damen und Herren, hier ist das offizielle Urteil. Ja! 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 Vielen Dank.